Yo Leute, Peace, ich bin's Maurice. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Kanal. In diesem YouTube-Video würde ich euch erzählen, was ich in den letzten Wochen so gemacht habe, was ich so erlebt habe. Mit anderen Personen, aber auch mit mir allein. Fangen wir an mit dem Krümpelturnier vom Xander und vom Sherom. Die beiden hatten ein Krümpelturnier, sie haben Fussball gespielt. Die eine Gruppe vom... ...Sherom oder vom Xander... ...ist auf dem dritten Platz g-se... Das ist noch spannend g-se und cool g-se zum zuschauen. Am 11. Juni sind Philipp, Gianluca und ich nach München gegangen. Vincent Wasco anschauen. Er hat ein Konzert gegeben in München. Und Gianluca hat mich mehrere Wochen davor gefragt, ob ich mit ihm mitgehen würde. Dann sind wir noch in München geblieben. Einen Tag. Äh... Und dann abgereist. Am 9. Juni... Habe ich mich aus Zufall in meinen allerersten YouTube-Kanal einschauen können? Da ist... Ich bin fast vom Stühli gefallen. Mittlerweile habe ich auch ein Comeback auf dem YouTube-Kanal gemacht. Äh... Könnt ihr mal vorbeisuchen. Momoletsplay heisst der Kanal. Und ich in der Infobox verlinkt. Oder... Da oben... Ploppte Infokarte auf. Äh... Auf dem Kanal wird's wahrscheinlich Gaming-Videos gehen in Zukunft. Was denn so... Ich will meinen zweiten Kanal, den ich hier auf YouTube aus Schweizerdeutsch betreibe, wieder anfangen. Und die letzte Woche habe ich auch für diesen YouTube-Kanal vorproduziert. Denn wenn der auf geht, wird dir das geknallt. Dass Videos runter scheppern. Das wär's gewesen von diesem YouTube-Video. Alle Links wie im Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Oder wie gesagt im... Jawohl, wenn's euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Knöpfchen hier unten drückt. Das Abonement. 69% die diese Videos schauen, habt ihr noch nicht abonniert. Das finde ich schade. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Kommt darauf an, wenn ihr das Video hier schaut. Und... Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's.